Herzlich Willkommen bei FIBU1, Ihrer einfachen Online-Finanzbuchhaltung. Mein Name ist Lutz Spieker und ich könnte auch Ihr Steuerberater sein. Wie erstellen Sie Ihre Buchhaltung? Auf der einen Seite gibt es den Mandanten, der alles an seinen Steuerberater-Buchhalter abgibt, mit den entsprechenden Kosten. Auf der anderen Seite gibt es denjenigen, der alles selber erstellt, immer mit der großen Gefahr, nicht alle Abzugsmöglichkeiten voll aufzuschöpfen. FIBU1 bringt diese beiden Wege jetzt zusammen. Sie als Mandant erstellen zwar selbstständig die Buchhaltung, jedoch stehen wir immer im Hintergrund. Wir helfen Ihnen bei Problemen. Auch richten wir das System ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse ein, sodass Sie von Anfang an einfach starten können. Auf der einen Seite sparen Sie und auf der anderen Seite haben Sie die Gewissheit, dass alles richtig läuft. Fragen Sie sich vielleicht, ob Sie die Buchhaltung überhaupt selber erstellen können. Mit dem von mir entwickelten Buchhaltungssystem ist das ganz einfach. Sie müssen dabei lediglich Ausgaben und Einnahmen voneinander unterscheiden. Und das geht auch, wenn Sie eine Blanz erstellen. Ich zeige Ihnen das mal am Beispiel einer Telefonrechnung. Nachdem Sie sich auf unserer hoch verschlüsselten Internetseite angemeldet haben, erfassen Sie einfach das Konto, indem Sie da eine Abkürzung angeben wie Telefon, den Betrag, das Datum und gegebenenfalls noch einen Text. Und schon ist dieser Beleg im System erfasst. FIBO 1 erkennt dabei in vielen Fällen automatisch, ob eine Ausgabe oder Einnahme vorliegt. Auch wird der richtige Steuersatz vorgeschlagen. Wie Sie sehen, ist die Erfassung mit FIBO 1 kinderleicht. Wir haben das System explizit für Nichtbuchhalter entwickelt. Und ganz nebenbei müssen Sie bei FIBO 1 auch keine Software installieren, Updates durchführen oder sich um die Datensicherung kümmern. Das erfolgt alles automatisch über unser Büro. Wir weisen Sie persönlich bei der Anmeldung in das System ein, damit Ihr Start so einfach wie möglich ist. An dieser Stelle fragen mich die Mandanten immer, Herr Spieker, wo ist da der Haken an der Sache? So ein System muss doch sehr teuer sein. Das Gute ist, dass FIBO 1 in der reinen Programmmnutzung kostenlos ist. Auch die Datensicherung und die Updates werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Lediglich die einmalige Einrichtung und, wenn Sie mal eine betriebswirtschaftliche Auswertung für die Bank benötigen, fallen Gebühren an. Durch unser transparentes Preis-Leistungs-Verhältnis sind Ihnen alle unsere Gebühren immer im Voraus bekannt. Wir haben uns noch so viel mehr Gedanken gemacht. Zum Beispiel, wie legen Sie am besten Ihre Papierbelege ab? Was ist, wenn Sie Mitarbeiter beschäftigen, die abgerechnet werden müssen? Was ist, wenn der Betriebsprüfer bei Ihnen zur Prüfung erscheint? Und auch, wenn Sie sagen, mein Steuerberater soll vor Ort sein. Mit unserer modernen Technik sind wir innerhalb von wenigen Minuten bei Ihnen und das sogar weltweit. Wir stellen Ihnen gerne FIBO 1 kostenlos und unverwindlich vor. Ich zeige es Ihnen gerne persönlich. Klicken Sie einfach hier und wenn Sie FIBO 1 jetzt testen möchten, klicken Sie einfach dort. Sie können absolut nichts verlieren, aber überlegen Sie mal, was Sie für sich und Ihr Unternehmen gewinnen können. Ich würde mich freuen, wenn ich Sie als Mandant betreuen dürfte. Mehr erreichen, gemeinsam.